Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fartig und Mirko sind zusammen ein Koch und Barbara moderiert die neue RTL Kochshow Mirko, Arme nach hinten, Fartig, bitte, jawoll Seid ihr bereit, es geht los Herzlich willkommen bei Beherzt Kochen auf RTL, heute mit Mirko, guten Abend Achso, ich hab's falsch Sorry, excuse, es ist einfach nicht der Gedanke Ist nur Illusion Ja, so, jetzt, ich bin sehr gespannt, welches Rezept sie auch gemacht haben Ich war in der ganzen Welt unterwegs und hab nicht nur irgendeinen Quatsch mitgebracht, sondern auch eine sehr besondere Weintrauben Ich probiere einmal Diese Weintrauben sind nicht irgendeine Weintrauben schon Probieren Sie nur, probieren Sie Sie lieben Bananen? Oh, Bananen nicht so sehr, aber Aber Sie können nicht genug reden Ich schaue auch keine Bananen für diese Sache, die ich heute mache kein Wer Aber Sie können ja mal probieren, oder? Oh, und mir gemacht Ja, geht gut Weitere, ich möchte natürlich jetzt zum Punkt kommen Ich mache heute Currywurst auf kanadischem Lachs mit Bommis ohne Mayo Ja, da freuen wir uns Ja, wir brauchen ein bisschen Cornflake Ja, das ist international, jeder nimmt Cornflake Ja, Mehl? Mehl, natürlich auch, ich nehme kein Mehl Ich probiere gerne Ich weiß, wie Mehl schmeckt, aber hier probieren Sie nur Ja, ist gutes Mehl Gute Mehl, Gute Mehl, ich muss auch riechen Wenn Gäste kommen, wenn Gäste kommen, ist immer gut riechen Ja Weiter natürlich, wir haben Eier Sie sind verrufene Eier Was machen wir mit den Eiern? Oh, wir zeigen die Eier erst mal Oh, gut, ich habe zwei davon, aber einer reicht Nehmen Sie, nehmen Sie Nehmen Sie ruhig zwei Eier Nehmen Sie ruhig zwei Eier Gut, die Eier zeigen wir Nehmen wir sie bitte Ja, da, Magic, Magic, Magic Dankeschön Okay, wir kommen noch mal zur Currywurst ohne Pommis Aber unter Nangelachs, okay Wir nehmen die Eier, machen Sie Kaputt, schmeißen alle rein Nehmen dann die Löffel, rühren um mit den schönen Oh, ich sehe schon, so wunderbar Wir rühren ein bisschen um, mein, mir bricht der Schweiß schon aus Aber das ist gut für die Soße, hä Nochmal reinschütteln ein bisschen Dankeschön, wie so Bitte gern Okay, wir nehmen weiterhin diese wunderschöne Was mache ich mit diesen Oh, mein schöner Hörn, der ist noch heute kaum Sehr toll Ja Danke, danke schön Danke, danke schön Danke, danke schön Vielen Dank.